Herr Kollege Streibel, ich stimme Ihnen ja in vielen zu oder dem meisten zu, was Sie gesagt haben. An einem Punkt habe ich allerdings einen Widerspruch. Sie haben gesagt, die CSU würde ohne Not die Geschäftsordnung ändern. Das stimmt allerdings nicht. Sie ändern die Geschäftsordnung, weil Sie in großer Not sind. Die CSU ändert die Geschäftsordnung, weil sie in großer Not war, als wir die Skandalsache Hadertauer hier zur Sprache gebracht haben. Die CSU ist in großer Not, wenn es um die vermurkste Energiewende geht. Und anstatt dass Sie sich hinstellen und argumentieren, missbrauchen Sie Ihre Macht. Nicht wir missbrauchen das Recht. Sie missbrauchen Ihre Macht. Das ist der Grund und das ist das, was hier passiert. Gut, die Not mag wahrscheinlich bei der CSU groß sein. Man kann vielleicht auch darüber spekulieren, wann diese Not kommt. Man könnte natürlich auch sagen, dass hier schon irgendwo die internen Diadochenkämpfe um die Nachfolge losgehen. Und man deswegen sich die einzelnen Parteiungen schon frühzeitig in Position bringen müssen. Und wenn man dann von internen Problemen ablenken will, dann tut man das am besten bei der Opposition. Dankeschön. Dankeschön.